Ich habe mich sicherer gefühlt, wie ich in der Pirate schafiert habe. Damit man den Schwerpunkt in der Mitte hat, dann geht es leichter. So, was macht er jetzt? Da kommt jetzt die Assistentin. Er macht das selber. Mach das! Bleib dabei! Du schaffst! Mach! Super! So, was soll ich zufallen? Wir sind vorne. Wir sind vorne. Wir packen vorne hinten rechts. Und zwar, wir packen jetzt von vorne, weil wir wissen, dass das da fix vorne ist. Dass da nichts runter geht. An der anderen Handkosch ist es normalerweise so, dass es einem ein Beinstillverband, die man wegklappen und runternehmen kann, weil der Kompanter ist zum Einpacken des Autos. Bei dem Fall geht es super. Du gibst jetzt einmal zurück ein bisschen. Und du schaust, dass er immer ein bisschen zurückpulscht. Ja. Okay? Und bei dir kommt Herr Rössingerade. Wie schaust du dich mit dem Anfuß? Nein. Nein. Da haben wir ein Fußhöl. Fußhöl. Ich glaube, wir haben die Kuppel. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist eben die Hälfte. Nein. Es ist so stabil. Es ist stabil. Wie heißt, da gibt es das hinten? Es zieht schon. Wenn du dann genau drüber gehst, jetzt über die Kuppel, dann hast du schon mächtig Gewicht. Wenn man aufmachen muss, muss man anders. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. Und jetzt ein bisschen rein. Ah, bitte. Den Bremsen rein. Jetzt zieht man immer ein Stück da oben. Ja. Das tut auch vorne nicht aus. So. Jetzt haben wir nämlich den Luxus, dass die Kuppel so frei ist, dass die Kuppel so frei ist. Das ist einfach ein blödes Ding. Das tut echt weh. Okay. Jetzt. Das ist ein bisschen klar. Ja, genau da wieder. Ist der entspannt? Klar. Warte mal, Audi. Ihr könnt euch jetzt schon jetzt oben beim Film nehmen. Bei 7 E. Ihr dürft sich eben noch abdrehen. Aha. Okay. Bei dem Strick sagt du Stabilisierung, dass ihr mich weg kommt. Okay. Und macht es eben auch so Kommando immer auf 1, damit ihr alle gleich einsetzt habt. 3, 2, 1. 1 Wie ist das bei Leto werfen? 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Genau Bei und oder rein? 3, 2, 1 Also für mich ist er ganz angenehm 3, 2, 1 Heben mit der rechten Hand 3, 2, 1 3, 2, 1 1 2 3